Hallo, ich möchte euch ganz recht herzlich auf der Fly Range in Samund begrüßen und möchte euch auf einen Rundflug im Traik über Potsdam und die Königsschlösser mitnehmen, um euch schon mal Impressionen für dieses himmlische Vergnügen nach Hause zu schicken. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch bald persönlich in Samund zu einem solchen Flug begrüßen darf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017